Ja Leute, Anime-Duelle geht in die nächste Runde und heute natürlich auch wie immer eigentlich haben wir eine coole Begegnung, doch zunächst einmal gucken wir uns natürlich den Stand an, der gute CK hat 4 Wins, ich habe aktuell 5 Wins, bedeutet knappe Kiste bisher, ja wir schenken uns wirklich nichts, beziehungsweise die Charaktere schenken sich nichts und wie gesagt, wer gewonnen hat, der hat einen Wunsch frei bei dem anderen, mal gucken für was man sich so entscheidet, ja ich habe vielleicht schon eine Idee, aber vielleicht habt ihr eine bessere, also unten in die Kommentare und heute haben wir ein gutes Duell und zwar, wir haben auf meiner Seite Axel und Jim zusammen in einem Deck, weil die nicht genug Karten haben, das heißt wir mussten die zusammenlegen und auf der anderen Seite, er ist der Phoenix, ja der Phoenix darf Phoenix spielen, yeah und naja, ist ein sehr starkes Deck, aber ich weiß, dass meine Monster auch gute Beastics sind und auch gute Fusions zur Verfügung stehen, aber welche genau schauen wir uns natürlich gleich im Deck an, wichtig zu erwähnen ist natürlich, falls ihr sehen wollt, welchen Charakter ich nächste Woche spiele, bleibt bis zum Ende dran, denn das losen wir natürlich am Ende aus und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum Deck sind wir hier bei unserem Feuerdeck und ich muss sagen, Vulcanic mag ich natürlich sehr gerne, aber wir haben eine Kombination eben mit Fossil hier und ich finde die Kombination harmoniert eigentlich sogar auf eine Art und Weise, wir haben ja zweimal vulkanische Hülle, einmal wird keinen Sinn machen, also zweimal natürlich drin, dreimal nicht, weil streng genommen sie halt nicht öfter gespielt wurde, dann haben wir das Ei, kann nicht durch Kampfste schiffen, ultra strong, Streuschuss, ja Leute, Raikiki ist in the house, sehr sehr mächtig natürlich, dann haben wir Sprenger und Gegenschlag, auch gute Karten, Feuersoldat zu Burnen, dann kommen wir zu den eben eben Fossilen auch hier, Steinbrecher, auch gute Karte definitiv, Häcksler als Angriff, Dino auch, 1,9 B6, super gut, 1,6 mit einem guten Effekt, 2,000 mit einem guten Effekt, 2,000 Defense mit einem guten Effekt, Tribut, nehmen wir mit, ne, Vulcanic passt natürlich, Tribute ist auch ganz gut, ja, verdammtes Feuer, ja, ist natürlich nicht eins der guten Karten, weil es sehr schwer ist, sie zu beschwören, aber, ey, komm, müssen wir spielen, muss natürlich sein, dann Geierplatte der Erdrisse, auch super gute Karte, dann dunkler Alligator, gerade Kombination mit unseren Reptilien, sehr stark und der flammende Mars auch super gut natürlich, dann wieder Geburttopf, äh, der andere Topf, der ist super gut, das eben mit dem Recycling im Friedhof, dann haben wir eben die fossile Fusion, dann haben wir natürlich Zeitstrom, passt natürlich alles, äh, Probeuntersuchung, Wunderes, alles eben für natürlich eben genau die fossilen Karten, dann haben wir Rettung aus dem Feuer, natürlich hier für den vulkanischen Part und das Recycling ist sehr gut, theoretisch können wir den Deck 1, 2, 3, 4 mal Streuschuss nutzen, in der Theorie, natürlich in der Praxis, naja, muss das natürlich anders aussehen, dann haben wir natürlich den Glutbeschleuner, den wir natürlich Hardroar haben müssen, bei vulkanischer Rakete, ja, hat er nicht gespielt, natürlich den Dreifachen, um natürlich ihn rufen zu können, MST Standard, Begränsung an anderen Dimensionen, hilft natürlich einiges, ähm, ja, wieder zurückzupacken, übrigens auch Rettung aus dem Feuer nimmt auch aus dem Banish Pile, was natürlich sehr gut ist, weil so können wir eben mit der Fusion das Ganze verbannen und dann natürlich das Ganze auch wieder zurückmischen, dann haben wir hier noch Wildes Feuer, eben Kombination mit Glutbeschleuner, Sackgüterrüstung, gute Karte, gut, ähm, ja, Ruf der Gejagten und extra Deck, ja, alle fossilen einmal durch, natürlich sehr gut, variieren, funktionieren mit dem Friedhof des Gegners, also das ist sehr gut. Insgesamt ein Deck, was auf den ersten Blick erst ziemlich schlecht wirkt, aber ich finde dann doch in der Praxis hoffentlich sehr gut funktionieren wird, also die Theorie dahinter ist gar nicht mal so schlecht, wir haben gute Karten, die floaten, von daher, ich bin motiviert und hab Bock und jetzt rein ins Duett. Oha, Bonfire. Ja, ja, aber hallo, wie er guckt, die Hoffnung ist angezündet und das zeigt es hier auch gleich das Spiel. So, ein Ding nämlich hier. So, denn jetzt wird gekocht, mein Lieber hier. So, mit schön Feuer. So, dann, äh, bin ich mal gespannt, was du so kochst. Ja, erst mal kochen wir hier Musik an. So. Und dann, ziehen wir erst mal hier, Droh! Naja, ja. So, und dann fangen wir ganz. Oh. Oh. Ja, ne, ich bin gerade ein bisschen verwundert, welche Karte ich hier so habe. Okay. Äh, wir fangen einfach mal an. Ich hab dich gerade falsch gelesen, vor dem Beginn des Dells. Wunderes! Ah. Was legt man jetzt hier rein? Gute Frage. Ich wäre auch so überfordert mit dem Dämmen. Äh, äh, der floated nicht. Äh, okay, machen wir hier. Verwitterter Soldat! Jetzt sagt sie jetzt nicht so eine besondere Fähigkeit! Jetzt können wir das ganze Deck suchen! Ja. What the hell? Aber das ist jetzt ja, ja, ein bisschen schwierig. Äh. Du merkst auch so Powercreep in GX, so mit den verschiedenen Staffeln, so. Season 1 ist so, ja, Normal Summon, Avian, Verteidigung, 1000 Death, kein Effekt. Und er ist so, ja, Surge, einfach alles. Naja, aber erst mal machen wir eine ganz entspannte Nummer, natürlich. Naja, wir müssen natürlich auch hier langsam anfangen. Ah, okay. Ich mach nicht ganz so einen entspannten, was? Was? Ey, komm, chill mein Lieber. Ein bisschen, ja, nicht so krass. Ich rufe Diamond Blood. Ja, riskierst du es? Oh, du riskierst. Das wird mich jetzt ärgern. Na. Naja, okay, dann greifen wir mal an. Okay. Du hast echt nicht mal eine Falle getarpt. Vulkanische Hülle. Okay. Okay, dann macht er mal nix. Zerran, okay. Dann bin ich zwei Karten verdeckt und du bist. Dann ziehen wir. Eicht das voll schlecht, aber diese Situation ist das gut. Rettung aus dem Feuer. Wir wählen vulkanische Hülle und dürfen eine Karte auf den Friedhof schicken. Und dann haben wir das andere Spezialbeschwerden. So, und wir werfen noch eine andere Hülle ab. Ja, sagt nix. Deswegen hast du den Effekt nicht gemacht. Danke, danke für den Hinweis. Und jetzt beschwören wir als Gewutbeschwörung meinen vulkanischen Zertrümmerer. Oh nein. Da kann ich angreifen. Bad Lephazor! Attack! Ja, das nehme ich natürlich gerne. Oh, okay, okay. ICSC. Das ist immer wirklich gerne. Ja. Dann würde ich sagen, bist du erst mal. Okay, dann wollen wir noch mal ziehen. Oh, das ist sogar interessant. ist der Fall. nee, 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 Okay, Diamond Dude geht auch, wenn ich ihn nicht mehr kontrolliere. Dann benutze ich mal seinen Effekt Und wir haben... Ach, komm. Gut, dann Landformen. Oh, nein! Nein, 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 nein. Oh, findest du statt? Oh, du willst ein Double Kill, Mann. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Oh! Oh, das... Und ich rufe außerdem noch meinen Fear Manga. Oh mein Gott! Das ist ja legit gut. Ja. Das ist krass. Okay, das ist krasse Kombo gewesen. Muss ich mal an dieser Stelle erwähnen, ne? Danke, danke. Krasse Kombo, krasse Kombo. Ich bin sogar am überlegen, ob ich... Komm. Oh. Ich hole ihn mir zurück und dann kann ich sein Effekt gleich nochmal benutzen. Ja, fair, fair. So, diesmal aber eine Zauberkarte, komm. Oh! Oh! Oh mein Gott! Nein! Das ist die Draw! Ah, Draw 2, mein Lieber. Das ist doch schön für dich. Oh, okay. Krass, 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 krass. Hm. Ey, alles blinkt, ne? Hm. Alles blinkt, aber das ist ja kein gutes Zeichen für mich. Ach ne. Oh, das ist ganz schlecht. Ich aktiviere Fussile Fusion! Oh nein. Und jetzt, mein Lieber, wird... Warte, ich muss eben lesen, welche, welche können. Oh, das ist natürlich sehr gut. Ähm, boah, es sind so viele Effekte, ne? Ja. Ich nehm, glaub ich, den, ne? Ähm. Ja. Ich nehm mir... Es tut weh, aber es muss sein! Okay. Ich schwöre ihn! Schädelritter! Okay, durch deine Kampfschaden. Oh, zweimal angreifen. Krass. Und der hat sogar einen Friedhofseffekt. Jo. Der ist ja voll gut. Ja, ja. Hm. Und... Es geht weiter. Ich habe Rettung aus dem Feuer nicht ohne Grund aktiviert. Ich kann sie verbannen und auch meine verbannten Pyromonster zurückmischen. Ah, voll smart. Ja, das jetzt... Ja. Da kannst du überstreiten, ob das gut ist. Battle of Faser! Hm. Ja, ich muss, glaub ich, zweimal... Dann ist er trotzdem dein Fairmonger, aber egal. Ich bin einfach bei genau 8.000. True, true. Äh, und dann bist du drin. Okay, dann mal sehen. Ja, erstmal Draw 2, Alter. Oh! Ja, let's go! Das schmeckt natürlich! Ja. Ja. Das macht für Manga. Ja, nein. Machen wir nochmal Draw 2! So, dann... Machen wir erstmal Draw 2. Ich muss nicht mal abwerfen. Nee, ist so frech. Obwohl, es könnte auch ein Nachteil sein, trainigend mit Malicious. Ja, aber... Weißt du was? Das klären wir jetzt. Mhm. 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 Wie, als ich den gespielt habe, hatte ich nicht solche krassen Kombos. Ach, Qua! Oh, nein. Oh, nein. Und der hat doch auch was im Friedhof. Äh, Celestial auch weg. Ja, komm, Alter. Und dann habe ich noch meine wunderschöne D-Kraft. Damit kann ich mir einen wunderschönen Elementarheld... Nicht Elementarheld. Loid. Falscher Charakter. Fixer als Zellplasma holen. Äh, dann wollen wir nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja gleich nochmal Draw 2. Ja, schon wieder? Ja, hab ich ja die gleiche einfach. Okay, dann... Äh, ähm... Ja, würde ich sagen... Kann man schon mal machen. Ruf ich mal ein D-Würfelchen. Ooooooooh! Ha, 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 ha! Wie krank! Effekt... Äh, verabschiede ich mich von... Double Dude und ewige Furcht. Oh, no. Bam... 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 So, und dann opfere ich meine... 3 D-Würfel... Für den mächtigen Schicksalshelden Plasma! Ah, der Musik passt grad bei mir übertrieben. Und... Und... Zack! So, und dann wollen wir jetzt mal angreifen hier. Ich hab' mit deinem Method angegriffen. Äh, ja, aber weißt... Als ob du einfach wieder Hülle nachgeschrieben hast. Ja, hab' ich einfach. Es ist so schlecht. Oh Mann. So, bitteschön. Was war das denn für'n göttlicher Zug? Hm... 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 Das ist ja die Frage natürlich. Könnten wir das eigentlich so machen? Mit... So... Und so. Hallo, Spiel? Oh nein. Hallo. Ach, danke. Hallo, Spiel! Hör auf! Achso, du kannst reagieren. Okay. Ne, äh... Ich hab' schlechte Verbindung irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Hey, nein. Komm schon. Komm, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht abbrechen jetzt. Bitte nicht abbrechen. Na, 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 na. Hallo? Du bist das Problem diesmal. Du bist das Problem diesmal. Ne, du bist das Problem. Du bist bei mir das Problem. Hä, bei mir steht, du bist das Problem. Keiner von uns ist das Problem. Hä, jetzt bin ich das Problem! So. Wir holen das dann dazu. Und... Dann wirst du... Ja, noch bin ich nicht. Oh, no. Ah, war der Zeitstrom! Ja, okay, okay, okay. Ich darf nicht ziehen. Ja, ich glaub, wenn ich gleich nix topdeckt, dann war's das. Topdeck hier. Topdeck hier. So, dann, äh, ich greif mal mit Diamond Dude an. Na! Ich hasse dich! So, let's go! 500 Schaden, Aua. Plasma 4000, Ende im Gelände jetzt. Bam! Und wie immer, wird nach dem Duell natürlich gedreht. Es ist nicht mehr ganz so viel drauf. Also, let's go! Let's go! Let's go! Und... Oh! Chess Anderson! Let's go! Oh, let's go! Da haben wir den guten Anderson für das nächste Mal. Und ich freue mich auf jeden Fall. Denn endlich kann ich die Kristallungeheuer auspacken. Darauf habe ich lange gewartet. Und ich freue mich wirklich, diesen Charakter spielen zu können. Falls ihr wissen wollt, wer überhaupt dieses Match von dieser Woche gewonnen hat, müsst natürlich rüber zu uns, CK Phoenix gehen, auch in der Endcard verlinkt. Und falls ihr wissen wollt, welchen Charakter ihr nächste Woche spielen wollt, dann auch, geht rüber zu den guten CK. Weil da wird das Ganze eben auch ausgelöst. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellian!